Ah, ja, ich werde euch beschützen. Dialog beenden. Jetzt kommt Grey Wolf. Der da. Prism, dein Stündchen hat geschlagen. Prism möchte sein Meisterwerk vollenden. So. Du bist hier der Halunke. So, du zauberst das. Du trinkst. Und du beschießt ihn. Und du beschießt ihn. So. Du trinkst einen Heiltrank. Du beschießt ihn nochmal. Und ich habe gerade, glaube ich, Jairas Zauber abgebrochen. Ups. Und dann bin ich gestorben. Ah, laden. Das ging zu schnell. Normalerweise kriegt man Grey Wolf tot. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du sprichst ihn gleich. Ja. So. Du trinkst die beiden Tränke. Und dann redest du mit Prism. Äh, ja. Okay. Ich hoffe, der Segen läuft jetzt nicht weiter und gleich ab. Äh, Prism möchte sein Meisterwerk vollenden. So. Was wollt ihr? Alle aufgehen. Feuer. Du bist ja ein komischer Kauz. Feuer. Äh. Von One Hitten stand da aber nichts. Okay, andere Aufstellung. Eure Diener, wie ihr wünscht. Wir, wir, eins auf die Kioner. Ich tue mein Bestes weg. So. Gut. Du bist ja hier lang. Okay. Ja. Ja. So, du Zauberst. Autoritätspersonen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Wunderbare Kreatur. Du bist mein Meisterwerk. Schick mir Prism. Äh, schick mir Grey Wolf. Schau wieder. Ein Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei. Äh, gut. Für die Gerechtigkeit. Ihr habt gerufen. Feuer. Was wollt ihr? Feuer. Gut. Äh, ne, halt. Du feuerst nochmal auf ihn. Du gehst erstmal weg, trinkst einen Heidtrank und dann schlägst du wieder zu. Jünger hier hat keine Zauber mehr. Deswegen benutzt sie einmal eine Schriftvolle. Und da wäre Grey Wolf gleich gestorben. Kurz nach mir. Laden. Okay, aber wir dürften ihn kaputt kriegen. Wir dürfen ihn kaputt kriegen. Man kann schon mal versuchen. So gut wie erledigt. Ja, oh, allgegenwärtige Autoritätspersonen. Ja, okay. So. Da habe ich mich verklickt. Jetzt muss ich nochmal. Okay. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Jetzt kommt Grey Wolf. Und wir haben wieder Jairas Zauber unterbrochen. So, jetzt benutzen wir gleich mal Schriftrollen. Und wir haben einen, ihr habt eine Aufgabe, wie leidigen Khalid. So, jetzt dürfte Khalid gleich keine Panik mehr haben. So, du weiter auf Grey Wolf. Du auf Grey Wolf. Du auf Grey Wolf. Und da ist Khalid gestorben. Okay, neue Taktik. Minz kriegt den Geschwindigkeitstrank. Damit der schneller zuhauen kann. Ich tue mein Bestes. Nichts leichter als das. Die anderen steht so gut wie erledigt. Äh, so. Ich hab genug was. Nichts leichter als das. Äh, nein, nein, nein. Ich kann mich noch nicht ansprechen. Du bist so. Werke. Das da. Ähm. Schutzzauber. Was? So, jetzt. Wunderbare Kreatur. Du bist mein Meisterwerk. Jetzt kommt Grey Wolf. Ein Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei. Ja. Prissen möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Ja. So. Was immer ihr braucht. Ich bin ganz ohr. Du feuerst einmal mit einem Zauber, mit einer Zauberrolle. Du feuerst mit deinem Stab. Und der Rest, der rennt ja drauf los. So. Du normales Geschoss. Du normales Geschoss. Du normales Geschoss. Und der ist tot. Gott. Was wollt ihr? So. Das hat doch eher geklappt. Und der hat ein schönes Schwert dabei. Gut. Das heißt. Diener hier. Kriegt einmal identifizieren rein. Weil ich glaube nicht, dass ich dieses Schwert so identifizieren kann. Nein. Aber wenigstens haben wir das Schwert. So. Du kriegst mal mehr Pfeile. Und dann reden wir nochmal mit Prise. Bald ist mein Werk vollendet. Ach, mein Werk ist vollendet. Nehmt von meinen Besitztümern, was ihr wollt. Aber lasst ihren Augen das funkeln. O süßes Geschöpf. Mein Bildnis von dir ist perfekt. Eines Tages treffen sich unsere Wege vielleicht in einer anderen Welt wieder. Und vermutlich finde ich dann den Mut, deinen Namen zu rufen. Elesmi... Eles... Elesime. 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 Komm, ihr Ratschock. Abenteuer. Wo wird das Kriere von Schwerten? Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr. Wo? Und Prism ist gestorben. Wahrscheinlich an seiner Überdosis an Geschwindigkeitstränken. Diese Gruppe ist außer ordentlich vielversprechen. Du heibst dich mal. Du hast einen Stufenaufstieg, endlich mal. Also, eine Stufe höher. Ein Punkt. Ach ne, das ist die Rüstungsklasse. Wir kriegen null Punkte. Aber wir kriegen schon mal mehr. Ähm... Ja. Mehr Lebenspunkte. Was wollt ihr? Das heißt nichts leichter als das. So, wären wir jetzt hier in der Unfinished Business. Das könnte ich schon mal verraten. Das ist eines der wenigen Sachen, die ich weiß aus dem Unfinished Business. Könnten wir die Augen da wieder einsetzen. Oder ne, halt wir könnten die Smarkte aus den Augen rausnehmen. Dadurch würde sich aber unser Ruf verschlechtern. Also unser Ruf ist ja im Augenblick 13. Wir würden unseren Ruf pro Diamant um eins verschlechtern. Also auf 11 zurück. Was nicht so gut ist. So. Was ich jetzt aber erstmal machen möchte. Gucken, ob ich kaputte Waffen aus dem Kampf getragen habe. Nein, habe ich nicht. Was habe ich da eigentlich? Ach so, der ist gegen Kälte. Jetzt wo wir Grey Wolf getötet haben, sollten wir vielleicht dem Kopfgeldjäger Fuzzi sagen, dass Grey Wolf tot ist. Äh, ja. Genau dem da. Hey, oh Black. Also ja, man hat gemerkt, Grey Wolf ist zu besiegen, auch wenn es ein bisschen schwer ist zu dem Zeitpunkt. Wir hätten natürlich die Level-Ups von der ganzen Gruppe abwarten können. Dann wäre Grey Wolf aber auch schon wieder viel zu einfach gewesen. Deswegen, oh Black. Mit Verbrechern umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Ah, mein Vornehmer und Ehrenwerter Freund, was kann ich vor euch tun? Was genau macht ihr hier? Ich? Warum? Ich bin das Bindeglied zwischen der Garde und der Öffentlichkeit. Ich bin lebenswichtig und danach dingbar. Wie konnte ich nur etwas anderes annehmen? Natürlich seid ihr das. Das ist der wunderlichste Quatsch mit Soße, den ich in meinem Leben vernommen habe. Ich verstehe. Würde ich dieselbe Antwort bekommen, wenn ich mit eurem befehlshabenden Offizier spreche? Ich vermag nicht zu erkennen, was das für einen Sinn haben soll. Kommt wieder, sobald ihr etwas habt, das wert ist, meine Zeit zu verschwenden. Okay. Mit Verbrechern umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Also er ist eigentlich nur der, der Kopfgelder aussetzt und eintreibt. Welche Kopfgelder wurden noch nicht eingefordert? Unser Kommandant, der Garde, ist immer noch auf freiem Fuß. Haltet eure Klingen bereit, wenn ihr in seine Nähe kommt. Er ist sehr gefährlich. Da war auch noch so eine dumme Sache mit einem in der stadtansinnigen Künstler namens Prism. Prism ist tot, hat ein paar Markte geklaut. Wir versuchen sie wieder zu kriegen, dabei ist uns das Schicksal von Prism ziemlich egal. Also nach dem, was jetzt mit Prism passiert ist, würde ich ihm am liebsten in seinen dicken Hintern treten. Wobei dick noch untertrieben ist, obwohl das könnten auch... Ne, das sind garantiert alle Schweinerollen, was der dann den Arm hat, keine Muskeln. Okay, wir haben einen tollen Tagebucheintrag. Ein ortsansässiger Künstler namens Prism hat einen Pass Markte gestohlen. Auf der Rückgabe der Edelsteine ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Mit Verbrechern umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Ich bin gekommen, um meine Beute abzuliefern und die Belohnung, die mir zusteht. 300 Goldmünzen Belohnung für die Smaragde. Damit dürftet ihr euren Ruf unter den Kopfgeldjägern weg haben. Man wird sehen müssen, wie euch der bekommt. Okay, wir haben 200 Erfahrung gewonnen. Wir haben zwei Gegenstände eingebüßt und 300 Gold. Tagebuch wurde aktualisiert. Prisms Schicht war wirklich traurig. Schade, dass sie nicht besser ausgegangen ist. Wenn schon, immerhin hat meine Kasse, alles meine Kasse aufgebessert. 300 Goldmünzen Belohnung für die Smaragde, die er gestohlen hatte. Naja, das ist kein so netter Tagebucheintrag, aber wir stehen selber ein bisschen in der Predulie mit. Wir können jeden Cent brauchen, den wir kriegen können. Im Amt Finish Business nachher werden wir da wohl anders handeln müssen. Jetzt aber mal wieder zurück zum Händler. Ich bin ganz ohr. Genau, hier. Ein Laden von Naschke. Hey, Kumpel. Was habt ihr zu verkaufen? Wir hätten einen Goldring für dich, ein Kurzschwert, ein Lederwams. Die Schriftrolle, die wir behalten wollten. Kalit hat nichts für dich. Minsk hat jede Menge Kurzschwerter für dich. Und auch Kurzbögen. Ja, und wir haben Grey Wolf getötet, einen Kopfgeldjäger. Ja, hier hat nichts für dich. Imoin hat nur Pfeile. Und wir haben hier das Langschwert. Genau, das wollen wir identifizieren. Dafür geben wir aber keine 100 Gold bei dir aus. Beinahe unter meiner Würde. Wenn wir zum Schlafen nur 2 Gold oder 3 Gold brauchen. So, rein da. So, da bin ich wieder. Entschuldige die kleine Unterbrechung, aber mir ist beim Betreten der Herberge das Spiel abgestürzt. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass das ab und zu mal passieren kann, wenn man Häuser betritt, dass das Spiel abstürzt. Was etwas blöd ist, aber... Naja, ich musste nochmal alles in Naschkill machen. Also, das Kopfgeld eintreiben und den ähm... Ähm... Ja, und beim Händler alles verkaufen. Deswegen werde ich in Zukunft wirklich, bevor ich Gebäude betrete, Quicksafes machen müssen. Oder in regelmäßigen Abständen. Tut mir leid darum. Aber das ist besser als alles normal zu machen. So, jetzt wollen wir aber erstmal rasten. Darauf könnt ihr euch aber verlassen.